7.57 Uhr, der 16.02.2019. Tja, wo haben wir wieder unseren blauen Wasserdampf im Kessel? Ist das nicht genial? Das ist doch der Hit. Ändert sich nicht, bleibt so. Tja, leider blendet die Sonne jetzt wieder ein bisschen. Weiß nicht, ob ihr es so richtig sehen könnt. Da halte ich nochmal drauf. Tja. Brandgeruch haben wir in der Luft. Wenn wir drüber schwenken, könnt ihr es besser sehen. Tja, The Fog, Nebel des Grauens, wie immer.